Begeben wir uns zur Gruppe 4, den GTs. Was sind GTs? Gran Turismo-Wagen oder GTs sind sportliche Straßenautos, die als Gruppe 4-Wagen ähnlich wie die Turnwagen der Gruppe 2 verbessert werden dürfen. Die Rennen der GTs sind durch den Carrera bis 3 Liter Hubraum und den Turbo über 3 Liter einer reinen Domäne von Porsche. Ein Porsche Carrera mit Sonnenmotoren. Und ein 934 Turbo. Die Porsche GTs sind gesellig, sie treten nur Noten auf. Ein Porsche Blastkonzert. Die Porsche Rolls. Die Auto Buffaloes Die Porsche Rolls. Die Porsche Rolls. Die Porsche Rolls. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020